Screenshots sind Bildschirmfotos, die man mit Hilfe einer einfachen Tastenkombination in jeder App machen kann. Die Funktion wurde bereits in iOS 12 deutlich verbessert und im aktuellen iPadOS nochmal um ein paar Funktionen erweitert und aufgehübscht. Einen Screenshot erstellt man, indem man die Home-Taste und den Standby-Knopf gleichzeitig drückt. Nach dem Geräusch sieht man hier unten direkt eine kleine Voransicht. Wenn ich diese anwähle, habe ich jetzt direkt die Möglichkeit, diesen Screenshot hier zu bearbeiten. Wenn ich mehrere Screenshots auf einmal machen möchte, funktioniert das genau gleich. Ich drücke wieder die Tastenkombination, wechsle das Bild, drücke erneut die Tastenkombination und sehe, die Screenshots werden hier unten aufgestapelt. Man sieht hier rechts am Rand schon, die anderen Fotos sind hier ebenfalls mit drin und ich kann über den Wisch nach rechts diese dann auch direkt bearbeiten. Es empfiehlt sich zur Bearbeitung von so einem Screenshot hier einen Apple Pencil zu verwenden, weil man einfach genauer damit arbeiten kann. In der Werkzeugleiste gibt es verschiedene Dinge wie einen Filzstift, einen Textmarker, einen Bleistift, einen Radiergummi, einen Slicer und ein Lineal. Ich kann darüber hinaus Farben auswählen und auch Textfelder, Unterschriften oder entsprechende andere Formen hinzufügen. Darüber hinaus habe ich über einen Klick auf das entsprechende Werkzeug nochmal die Möglichkeit, dieses anzupassen, wie zum Beispiel hier, kann ich die Stiftdicke und die Deckkraft entsprechend nochmal regulieren. Ich kann also jetzt hier direkt in meinen Screenshot hineinarbeiten, zeichnen oder schreiben und kann dann, wenn ich fertig bin, das Ganze oben über Fertig entweder in meinen Fotos oder in der Dateien-App sichern. Wenn ich es verwerfen möchte, dann wähle ich Bildschirmfotos löschen aus. Sobald ich das hier sicher verschwinde, der gesamte Bearbeitungsmodus und wenn ich in meine Fotos-App wechsle, dann kann ich sehen, dass die drei Screenshots, die ich gemacht habe, hier jetzt direkt zu finden sind und ich könnte sie entsprechend teilen oder, wenn ich möchte, über die Fotos-App auch noch weiter bearbeiten. Sobald weiß ich auch, wie zum Beispiel. Ich denke, blindfoldfeld geht, zur eigentlichen Beat-Best-Erik-Ponten und